Lächel doch mal, mach doch mal so. Das ist ein tolles Auto. Hast du noch mal zu mir, ja? Das ist gut, ey. Sag mal, ich hab's gesehen, ja. Nee, aber ich geb dir... Hier, jetzt hab ich das beste Bild, ja. Ja, mach mal ein Fruchtum. Guckst doch mal. Guckst doch mal, ja. Guckst doch mal, ja. Und passt da auch noch mal an der Zülle, oder? Lorry? Lorry? Ja, bitte. Guckst doch mal. Guckst doch mal. Hast du alles? Guckst doch nicht in mir. Oh, danke. So ein bisschen groß wird das Auto. Mit groß. Willst du den Bentley nehmen? Ja, ich nehm den Bentley. Ich möchte da rein. Nimmst du jetzt mal ein Foto? Ich schau dich total super an. Entschuldigung. Ja, sehr schön. Wie geht denn das jetzt mal? Das ist ein bisschen kleiner. Also das Auto ist jetzt... Nee, ich glaub das ist... Nee, ich glaub das ist... Nee, das ist... Nee, nee, das ist... Nein, du musst jetzt nicht anders... Nee, das geht nicht. Ich hab Angst, dass ich das Auto kaputt mache. Machst du ein Video? Nein, nee, nee, nee. Du, 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 du... Du stehst gleich in Flammen, wenn du weiter... Ja, ist okay. Du machst eine Idee, wofür ist das...